Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Fünf Erkenntnisse aus den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben am letzten Sonntag eine Reihe von bedeutenden Ergebnissen hervorgebracht, die sowohl die politische Landschaft dieser Bundesländer als auch die bundesweite politische Diskussion prägen werden. In den letzten Monaten hatten Umfragen ein spannendes Rennen vorhergesagt. Doch die tatsächlichen Wahlergebnisse werfen ein neues Licht auf unterschiedliche Wählerdynamiken und gesellschaftliche Herausforderungen. Ernst, starker Anstieg der AfD. Die Alternative für Deutschland-AfD hat in beiden Bundesländern ordentlich abgeschnitten und konnte somit ihre Position als eine der stärksten politischen Kräfte festigen. Experten stellen fest, dass die Wähler vermehrt die Proteststimme der AfD annehmen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Diese Entwicklung zeigt, dass tief verwurzelte Ängste und Unzufriedenheiten der Bevölkerung mit den etablierten Parteien weiter bestehen. Und zweit, Verlust für die Union. Die christlich-demokratische Union, CDU, erlebte in beiden Bundesländern einen derben Rückschlag. Politikwissenschaftler wiesen darauf hin, dass die Union in den vergangenen Jahren nicht nur ihre eigene Basis, sondern auch viele Wähler an die AfD verloren hat. Der einst stark geprägte Einfluss der CDU, der seit den Zeiten der Wiedervereinigung unangefochten war, scheint erodiert zu sein und wirft Fragen über die Zukunft der Partei auf. 3. Bedeutsame Rolle der Linken Die Linke konnte in Thüringen, wo sie traditionell stärker ist, überraschend an Stimmen gewinnen. Analysten führen dies auf die ausgeprägte soziale Ungleichheit und die wirtschaftlichen Herausforderungen zurück, mit denen viele Wähler konfrontiert sind. Das deutliche Ergebnis verdeutlicht, dass die Linke nach wie vor als soziale Stimme wahrgenommen wird und mögliche Lösungen für die Probleme der Menschen anzubieten hat. 4. Grüne und SPD im Aufwärtstrend Sowohl die Grünen als auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, zeigen Fortschritte, können jedoch nicht mit den Hauptakteuren konkurrieren. Politische Beobachter stellen fest, dass die Grünen vor allem in städtischen Gebieten an Zustimmung gewinnen konnten. Dies könnte die Perspektive der beiden Parteien in kommenden Wahlkämpfen entscheidend beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf das Thema Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. 5. Bedeutung der Wählermobilisierung Ein zentrales Augenmerk liegt auf der Mobilisierung der Wähler. Die Wahlbeteiligung war in verschiedenen Regionen unterschiedlich, was die Relevanz von Anreizen und Thematisierungen seitens der Parteien in den Fokus rückt. Analysten betonen, dass die Parteien lernen müssen, wie sie die Wahlberechtigten aktiv ansprechen und mobilisieren können, um die eigene Wählerschaft zu halten und auszubauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen nicht nur die gegenwärtige politische Situation widerspiegeln, sondern auch Weichenstellungen für die Zukunft darstellen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wähler zunehmend nach Alternativen zu den etablierten Parteien suchen und dass die politischen Verhältnisse einem ständigen Wandel unterzogen sind. Bei den bevorstehenden Wahlen auf Bundesebene wird es interessant sein zu beobachten, wie sich diese Trends weiterentwickeln. Autor Anita Farke, Montag, 2. September 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.